Heute gibt es eine World Premiere. Okay, Spaß beiseite, ich bin Donifz204 und ja, heute gibt es eine kleine Weltpremiere, denn mein neues RPG-Maker-Spiel wird heute tatsächlich gespielt. Im Zuge des Community-Events habe ich nämlich auch ein kleines Spielchen gemacht und das wird gespielt heute um 21 Uhr live auf dem Twitch-Kanal Let's Lost Together. Link in der Videobeschreibung, das ist der Twitch-Kanal von Speedy und Speedy wird mein Spiel spielen, heute Montag um 21 Uhr, seid live dabei, habt Spaß und ja, gut, nächstes Thema. Im Zuge des Community-Events solltet ihr ja Projekte erstellen, die ich dann streame, habe ich ja auch gemacht die letzten Tage und Speedy wird heute auf dem Twitch-Kanal mein Projekt spielen und noch ein anderes, ein letztes Projekt und dann sind alle Projekte durchgestreamt von euch. Und hier unter diesem Video ist ein Download-Link von allen bereits gespielten Spielen. Die habe ich bei mir auf OneDrive hochgeladen, ihr könnt spielen Amis von Limbos, Dämonenband von Kale, die Liga der Helden bei Nedleaf, Kamaru Kishins Community-Event 04 oder das Spiel von Kizaragi, ich weiß gar nicht wie es heißt und das wunderbare Spiel von Mr. Klammers Atran City, diese könnt ihr alle kostenlos runterladen, Link in der Videobeschreibung, ladet sie runter, ich kann euch empfehlen sie zu spielen. Die sind wirklich gut, wirklich und da sind ein paar richtig gute Perlen dabei, spielt die Spiele komplett for free, alles klar. Dann, ähm, noch etwas, ähm, ganz einfach, am Donnerstag um circa 15 Uhr wird es die Verlosung geben, es werden Preise verlost an alle Teilnehmer des Community-Events, ähm, aber das klären wir dann am Donnerstag um 15 Uhr. Ich denke mal, die Regeln waren bekannt und wenn nicht, könnt ihr das Ganze auch nochmal im Zusammenfassungsvideo angucken, da waren alle Regeln aufgeklärt. Gut, das war's dann eigentlich fast schon, ich teaser noch mein kleines Spiel etwas an, ihr werdet jetzt einen kleinen Sound hören, den ihr heute ab 21 Uhr auf dem Twitch-Kanal von Let's Lost Together, also von Speedy, sehr oft und sehr lange hören werdet, das ist ein kleiner Sound und ich würde mich freuen, wenn ihr in die Kommentare reinschreibt, was könnte denn dieser Sound sein? Ich bin gespannt auf eure Vermutungen, let's go! So, meine Freunde, das war der Sound und ihr könnt jetzt losraten, ratet was es ist, schreibt in die Kommentare rein, was könnte das für ein Sound sein? Ihr werdet ihn auf jeden Fall öfter hören und er wird euch sehr auf die Nerven gehen auf Dauer, aber das ist Sinn des Spiels, nein Spaß! Aber ihr werdet sehen, das ist ein cooler Sound, nein Quatsch! Ich bin gespannt auf eure Vermutungen, danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns 21 Uhr bei Let's Lost Together live im Chat! Wehe, ihr seid nicht da, ich werde da sein, Mimi wird hoffentlich auch da sein, Speedy wird streamen, also sie ist auch da, Seid also auch alle da, würde ich mich sehr freuen! Dann sage ich an dieser Stelle Tschüsseli! Bis heute Abend!